Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen und ersten Beitrag im neuen Jahr. Wie schon in meinem Jahresbeitrag kurz vor Silvester vorweggeschickt, möchte ich dir uns allen hier in dieser Community nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. In diesem heutigen Beitrag möchte ich gerne über die wichtigsten Konstellationen dieses Monats sprechen. Einiges erwähnte ich ja bereits in meinem Jahresbeitrag. Allerdings möchte ich wie immer nun auch gerne auf die beiden Monde, den Neumond in Steinbock am 11. Januar und den Vollmond in Löwe am 25. Januar näher eingehen. Der Einstieg in diesen Monat Januar habe ich persönlich als sehr dynamisch und feurig empfunden. Ich sprach in meinem Jahresbeitrag darüber, dass der Monat Januar eine enorm vorwärtsstrebende Energie mit sich bringt. Der direktläufige Merkur und Jupiter zusammen mit Venus allesamt im Feuerzeichen schütze, sind es, die diese Dynamik gerade in den ersten Tagen dieses Monats unterstützen. Und so durfte ich die außergewöhnlich schöne Erfahrung machen, dass meine angekündigte Seminarreise nach Teneriff war im Juni binnen einer Woche ausgebucht war. Und mit einem solchen Tempo hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und so bin ich wirklich überaus dankbar und froh, dass sich eine schöne Gruppe gebildet hat, die gemeinsam diese besondere schamanische Reise mit mir nach Teneriffa antreten möchte. Genau dieses unerwartete, dynamische und höchst beschleunigende Element ist es, das viele von uns ab Mitte Januar bzw. ab Neumond bis einschließlich März erfahren werden. In dieser Zeitspanne werden alle Planeten direktläufig sein. Uranus wird ab 26. Januar direktläufig, das heißt spätestens ab Ende Januar beschleunigt sich diese Energie enorm. Da mag dieses Gefühl aufkommen, dass die für dich wichtigen Dinge zunehmend an Fahrt aufnehmen und dass sich endlich wieder etwas bewegt in jenen Bereichen, wo es vielleicht bislang in deinem Leben stagniert hat. Werfen wir nun einen Blick auf den Neumond am 11. Januar, können wir sehen, dass dieser auf aufgerundet 21 Grad im Zeichen Steinbock stattfindet. Das ist der Moment, wo sich Sonne und Mond gradgenau zueinander gesellen und sich zum Neumond vereinen. Damit ist jener Bereich in deinem Horoskop aktiviert, wo du 21 Grad Steinbock stehen hast. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass dieser Neumond in gradgenauer Spannung zur Mondknotenachse steht und dass er sich nahe Pluto und nahe der Gradzahl ereignet, wo wir im Januar 2020 auf 23 Grad Steinbock die seltene Saturn-Pluto-Konjunktion hatten. Und wir alle können uns daran erinnern, welche Auswirkungen diese Planetenkonstellation weltweit hatte. Denn sobald wir von Pluto sprechen, dreht sich alles rund um Macht und Machtmissbrauch. Bei Saturn wiederum dreht sich alles um Regierungen, Behörden und einem restriktiven, bevormundenden Führungsstil. Und so durften wir alle in 2020 die Erfahrung machen, wie die Regierungen weltweit genau diesen restriktiven Kurs gefahren haben. Auf persönlicher Ebene hat uns dies alles alle tangiert. Es hat bei jedem von uns in gewisser Weise Spuren hinterlassen. Für die einen war dies eine Zeit, wo sie in ihre Kraft, in ihre Selbstermächtigung gewachsen sind. Für andere wiederum war dies eine Zeit, die enorme Ängste und Gefühle der Ohnmacht ausgelöst hat. In diesem Kontext spielt dieser Neumond am 11. Januar eine bedeutende Rolle, denn er findet unweit von Pluto im Zeichen Steinbock statt und steht im harmonischen Aspekt zu Uranus in Stier. Wann immer wir vom Steinbock sprechen, der von Saturn regiert wird, kommen wir nicht umhin, auf unsere Vergangenheit zu schauen. Während wir mit Uranus, dem Regenten des Wassermanns, in Richtung Zukunft blicken. Und je nachdem, welche Samen wir in unserer Vergangenheit gesät haben, steuern wir vertrauensvoll in Richtung Zukunft. Oder aber, wenn wir in der Vergangenheit Dinge getan haben, die nicht ganz koscher waren, kommen wir nicht umhin, uns diesen Dingen persönlich und auch gesellschaftlich zu stellen. Dazu müssen wir wissen, dass Saturn und Uranus nicht dieselbe Sprache sprechen. Während Saturn eher bevormundend ist und uns sagt, was wir tun und worauf wir gehorchen müssen, ist es der freigeistige Uranus, der uns sagt, wo wir uns aus alten, einengenden Strukturen lösen und unsere persönliche Freiheit oder unsere Grundrechte schützen wollen, müssen. Und so finde ich es spannend, dass ich mit Blick auf die Gesellschaftsbühne genau in dieser zweiten Januarwoche rund um den Neumond in Steinbock der große Generalstreik der Bauernverbände in Deutschland ankündigt. Aus astrologischer Sicht bzw. aus Sicht des Steinbocks ist dies ein Zeichen dafür, dass die Vergangenheit ihren Tribut fordert. Auf persönlicher Ebene kannst du diesen Aspekt von Neumond zu Uranus nutzen und mal Revue passieren lassen, was sich in den letzten vier Jahren in deinem Leben getan hat. Schau, was du bis jetzt alles erreicht hast, welche neue Kraft du in dir freigesetzt hast und über dich hinausgewachsen bist. Genauso gut kannst du auch schauen, was bislang nicht so gut funktioniert hat und ab diesem Neumond die Chance nutzen, die Dinge glatt zu bügeln. Erinnern wir uns daran, dass der Steinbock das Zeichen ist, dass wir dem 10. Haus in der Astrologie zuordnen. Das heißt, jenem Haus, wo sich alles um unseren Status, unseren sozialen Status, unseren Beruf, unsere Karriere und unser Ansehen dreht, so ist dies eine wunderbare Gelegenheit, zu diesem Neumond und deine Visitenkarte nach außen zu erneuern. Allein du entscheidest, was auf dieser neuen Visitenkarte stehen soll. Und das Trigon von Neumond zu Uranus hat diese zukunftsweisende Note und unterstützt uns darin, uns aus unserer Komfortzone zu lösen, uns ein Bild von unserer Zukunft zu malen und alles zu tun, was es braucht, um diesem Bild Leben einzuhauchen. Das Schöne an diesem Neumond ist auch, dass Saturn, der Regent des Neumondes, im harmonischen Dialog mit Mars in Steinbock und Jupiter in Stier steht. Mit Mars in Steinbock sind wir bereit, die Ärmel hochzukrempeln und all das zu tun, was getan werden muss, um unsere Ziele, gar unsere Neujahrsvorsätze zu verwirklichen. Da sind wir ambitioniert, während uns Jupiter in Stier das nötige Vertrauen schenkt. Da dürfen wir ruhig etwas größer denken, als wir es sonst gewohnt sind und unseren Blick auf unser Leben weiten. Auch Merkur, der sich langsam aus seiner Spannung zu Neptun löst, unterstützt eben dieses Vertrauen. Damit gleich Saturn im Sextil zu Mars und Jupiter dem Marathonläufer, der einen guten Sinn für das richtige Timing hat. Gleich einem Marathonläufer, der seine Energie gut einteilen kann, ist er sich doch dessen bewusst, dass seine Energie bis zum Ende bzw. bis zur Zielgeraden ausreichen muss. Das wiederum spricht auch dafür, dass sich kalkulierte Risiken mit diesem Aspekt auszahlen. Immerhin ist Mars im Zeichen Steinbock den astrologischen Würden nach erhöht. Somit kann uns dieser Aspekt zusammen mit Jupiter im Sextil zu Saturn auch über alte Limitierungen hinweg helfen. Mit Jupiter schauen wir über unseren Tellerrand hinaus, erkunden neue Welten, indem wir Neues lernen und unseren geistigen Horizont weiten. Solange wir zu diesem Neumond das Steinbock-Prinzip beherzigen, wie die Arbeit so der Lohn, können wir besonders in den ersten Tagen nach dem Neumond, wenn sich langsam die Mondsichel am Himmel zu formen beginnt, wichtige Schritte setzen und Entscheidungen treffen, die uns der Verwirklichung unserer Wünsche näher bringen. Dafür spricht auch Venus, die im unterstützenden Aspekt zur Mondknotenachse und zu Chiron steht. Dies ist eine sehr schöne, sanfte und herzöffnende Energie. Mit Venus im Kontakt zu Chiron wollen wir nur Dinge tun und uns mit Menschen verbinden, die uns gut tun. Chiron spricht die weibliche Seite in uns allen an. Da geht es nicht um die männlich orientierten beziehungsweise weltlichen Ziele wie Erfolg und Statusbewusstsein, sondern vielmehr darum, jene Seiten unserer Persönlichkeit zu leben, die uns authentisch machen, die wir aber nach außen nicht selten verbergen. Zumeist geschieht dies, weil wir uns fürchten, anders zu sein als andere und dafür abgelehnt zu werden. Chiron ist das Gegenteil von Mainstream. Hier gehen wir unkonventionelle Wege, da öffnen wir uns für Wege, die für andere exotisch anmuten. Ich erinnere mich beispielsweise, als ich meine schamanische Ausbildung vor vielen Jahren machte und wie schwierig es damals doch anfangs für mich war, den Leuten in meinem Umfeld zu erklären, was ich denn da nun genau lernte. Aber genau das ist es, was Chiron auszeichnet. Er steht für unsere Wunde, der Angst vor Ablehnung und zugleich für die Gaben und Talente, die uns wohnen und die nur darauf baten, von uns gelebt zu werden. Und so sprach ich auch in meinem Jahresbeitrag darüber, den Link findest du, wenn du magst, in der Videobeschreibung, dass sich Chiron im Februar mit dem aufsteigenden Mondknoten verbinden wird. Dieser Aspekt wird am 16. Februar auf 16 Grad Widder gradgenau und wir sehen bereits jetzt zum Neumond, dass sich Chiron dem Mondknoten nähert. Das heißt, dort in deinem Horoskop, wo sich die mittleren Grade des Widders befinden, dort möchte sich diese Chiron-Seite offenbaren. Dort möchtest du alles Verhärtete und übermäßig Anstrengende loslassen und insgesamt authentischer, wahrhaftiger und vor allem weicher und empfänglicher werden. Und so habe ich bereits in meinem Jahresbeitrag darüber gesprochen, dass Chiron, der den Astrologen und Schamanen in der Astrologie repräsentiert, mein elftes Haus der Visionen und Gruppen und Gleichgesinnten aktiviert. Daher habe ich meinem Herzen folgend beschlossen, ein Online-Seminar anzubieten, in dem ich das Wissen bzw. die Weisheit der Sterne und Schamanen mit Blick auf dein persönliches Horoskop mit dir teilen möchte. In diesem neunmonatigen Online-Seminar, dem AstroTipi, entschlüsseln wir die Sprache der Planeten in deinem Horoskop und bringen die Planetenkräfte auch auf eine gefühlte Ebene. Dabei lernst du unter anderem auch den Chiron-Anteil in dir kennen und damit vermagst du zu erkennen, wer du wirklich bist und welche natürlichen Gaben in dir schlummern. Gaben, die so nah an dir dran sind, dass du sie gleich einem blinden Fleck zumeist selbst nicht siehst. Auch unterstützt dich dieses Seminar darin, deine Energie hochzuhalten, gerade jetzt in diesen Zeiten des Wandels, sodass du ungeachtet dessen, was im Außen passiert, Nerven bewahren kannst und in deiner Mitte bleiben kannst. Sollte dich das AstroTipi in seinen Bann ziehen und du dich angesprochen fühlen, freue ich mich, wenn du dabei bist. Ab 17. Februar geht es wie gesagt los. Du findest alle Details dazu auf meiner Webseite ute-watch.de unter dem Menüpunkt Seminare. Ich verlinke dies auch gern für dich unten in der Videobeschreibung. Die Zeichen zu diesem Neumond stellen die Weichen dafür, um dich neu auszurichten, dich beispielsweise auch weiterzubilden. Besonders, wenn Merkur wenige Tage nach dem Neumond ab dem 14. Januar in das Zeichen Steinbock wechselt und sich Mars in Steinbock nähert, ist es wirklich eine gute Zeit, dich mit Blick auf deine Neujahrsvorsätze verbindlich zu zeigen. Auch ich habe mir beispielsweise vorgenommen, endlich mein Spanisch auf ein Level zu bringen, sodass ich mich mit den Menschen hier auf Teneriffa fließender unterhalten kann. Bislang kam Spanisch nicht in dem Maße zum Einsatz, wie ich es mir gewünscht hätte. Habe eher sehr viel Englisch gesprochen, aber jetzt darf und soll sich dies ändern, indem ich ab jetzt regelmäßig Sprachunterricht nehme, mich dazu auch schon angemeldet habe. Denn auch mit Blick auf die Zukunft und meine Reisen nach Südamerika, die ich immer wieder gerne unternehme und wo ich unter anderem eben auch Schamanen treffe, da ist es einfach wertvoll, wenn ich mich mit diesen Menschen austauschen kann. Und so bietet uns dieser Monat Januar mit Blick auf den Neumond in Steinbock einen guten Nährboden für neues Wachstum. Im Zeichen Steinbock ernten wir die Vorbeeren nicht sofort, aber wenn wir beharrlich bleiben und nicht aufgeben, wird dies früher oder später belohnt. Gleich dem Erlernen einer neuen Fremdsprache, was anfangs vielleicht mühselig sein kann, aber auf lange Sicht eine gute Investition in unsere Zukunft ist. Und das ist auch schon das richtige Stichwort für den Wassermann, wenn die Sonne am 20. Januar in den Wassermann wechselt und sich die Sonne am Tag darauf mit Pluto in Wassermann verbindet. Das ist der Moment, wo Pluto wieder in den Wassermann tritt, wie bereits im Jahr zuvor, in den Monaten März bis Juni. Das heißt, alles, was den Wassermann auszeichnet, wird durch Plutos Präsenz in diesem Zeichen verstärkt. Der Wassermann ist höchst individuell. Es kümmert ihn wenig, was andere über ihn denken, denn er liebt seine Einzigartigkeit und geht gerne neue, unkonventionelle Wege, die seinem Freigeist, seinem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit ansprechen. Er ist der Rebell, der Revolutionär, der Reformer und Visionär in der Astrologie. Mit Plutos Präsenz im Wassermann können wir auf der Weltbühne als auch persönlich ergreifende und lebensbestimmende Momente erfahren. Was Pluto im Wassermann und in diesen Zeiten des Wandels von uns fordert, ist, ungeachtet dessen, was im Außen passiert, uns verstärkt auf unsere inneren Ressourcen zu besinnen und über unsere Limitierungen hinaus zu wachsen. Warum betone ich dies? Weil Pluto, sobald er vom Steinbock in den Wassermann wechselt, nicht mehr Saturn verpflichtet ist. Also nicht mehr dem Herrscher des Steinbocks, sondern Uranus, dem Herrscher des Wassermanns. Das heißt, wenn der Transformationsstarke Pluto dem reformliebenden, unabhängigen und rebellischen Uranus verpflichtet ist, dann wird sich seine Energie überall dort entladen, wo wir an veralteten Werten festhalten, wo wir uns an Werte klammern, die unserem persönlichen wie kollektiven Wachstum entgegenstehen. Schließlich hält sich Uranus noch bis 2026 im Zeichen Stier auf, genau in dem Zeichen, dass wir mit unseren materiellen Werten, unserem Geld, unserer Erde, unseren Bodenschätzen wie Rohstoffen, Nahrungsmittel und nicht zuletzt auch mit unserem Selbstwert und unserer Selbstliebe verbinden. Auch verbinden wir mit Uranus, ja, in Stier, in diesem Erdzeichen, Wetteranomalien bis hin zu vermehrten Erdbeben und Vulkanausbrüchen, wie wir sie beispielsweise jüngst in Japan und Island gesehen haben. Und da der Stier eben auch das Zeichen der Finanzmärkte ist, so werden wir in diesem neuen Jahr und bis 2026 große strukturelle Veränderungen in diesen Bereichen erleben. Uranus in Stier hatten wir, wenn wir auf die Geschichte blicken, zuletzt in den Jahren 1935 bis 1942 und wir alle wissen, wie die Welt und Weltwirtschaft in dieser Zeit erschüttert wurde. Und so kannst auch du dich persönlich in diesem Monat Januar spätestens zum Vollmond in Löwe am 25. Januar fragen, was in deinem Leben reformiert werden möchte. Wo möchtest du gerne insgesamt unabhängiger und freier sein? Und wo möchtest du dein Leben gleich einer Spielwiese gestalten, wo du dich kreativ entfalten kannst, wo du zum Beispiel dein Hobby zum Beruf machen kannst oder einfach nur Dinge tust, die das Kind in dir erfreuen. Denn der Löwevollmond unterstützt genau dies. Der Vollmond findet am 25. Januar statt mit dem Mond auf 5 Grad Löwe und der Sonne auf 5 Grad im gegenüberliegenden Zeichen Wassermann. Und wann immer wir in der Astrologie von der Löwe-Wassermann-Achse, der sogenannten Identitätsachse sprechen, da geht es darum, unsere eigene Identität zu stärken, herauszufinden, wer wir sind und was wir uns für unser Leben wünschen. Den Löwen ordnen wir in der Astrologie dem 5. Haus zu. Und das ist das schönste Haus in der Astrologie, das betone ich immer wieder. Da geht es um unsere Freizeit, unsere Hobbys, unser kreatives Schaffen, um kindliche Lebensfreude und auch Romantik. Der Löwe steht für unsere Herzensbedürfnisse. Und wenn der Mond in Löwe, der Sonne und Pluto in Wassermann gegenübersteht, können wir erspüren, wo sich in unserem Leben ein Ungleichgewicht zeigt zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tatsächlich brauchen. Und wir machen oftmals die Erfahrung oder wissen es zumeist, dass wir oftmals sehr viel weniger brauchen, als uns unser Verstand vorgaukelt. Und zu diesem Vollmond, der in Spannung zu Jupiter steht, da kann es sein, dass wir sehr viel wollen. Da sind wir sehr optimistisch und idealistisch und können große Ziele anvisieren. Das Gute jedoch ist, dass Jupiter in Stier, Venus in Steinbock verpflichtet ist und Venus zusammen mit Mars und Merkur in Steinbock unterliegen wiederum Saturns Anordnungen, der einen harmonischen Aspekt zu Jupiter hält. Mit diesem kleinen Talentdreieck, das sich zwischen Venus, Jupiter und Saturn spannt, ist dies eine wunderbare Konstellation, um die Spreu vom Weizen zu trennen und uns ausschließlich auf das zu besinnen, was auf lange Sicht Erfolg verspricht. Und der wahre Erfolg ist dort zu diesem Vollmond, wo die Freude ist. Mit Merkur und Mars in Steinbock im harmonischen Aspekt zum zukunftsweisenden Uranus und in Spannung zu Chiron und zur Mondknotenachse kann dies ein wichtiger Prüfstein für uns werden. Da können wir auf Tuchfühlung gehen und besser erspüren, ob das, was wir vorhaben und in diesen Tagen planen, auch wirklich das ist, was uns höher schwingen lässt. Und damit kann ein signifikanter Richtungswechsel einhergehen. Denn was in diesen Tagen nicht funktioniert, was sich nicht gut anfühlt, dich nicht beflügelt, sondern vielmehr beschwert, was belastet, gar krank macht, darfst du loslassen. Mit Chiron in Spannung zu Merkur magst du auch merken, wo dich eigene Gedanken beschweren, wo du dich selbst abwertest, indem du zum Beispiel denkst, dass du in einer bestimmten Sache nicht gut genug oder nicht klug genug bist. Chiron wiederum in Spannung zum Mars, der für unseren Körper steht, kann dich fühlen lassen, wie und was du über dich denkst. Auch kann er dich fühlen lassen, wo du zu sehr geneigt bist, die Bedürfnisse anderer wichtiger zu nehmen als deine eigenen. Somit darfst du zu diesem Vollmond selbst prüfen, welches die wahre Motivation hinter deinen Handlungen ist. Tust du gewisse Dinge nur, weil du dir beispielsweise Anerkennung wünschst oder tust du sie wahrhaftig für dich? Chiron in Spannung zu Mars kann auf eine emotionale und auch physische Wunde hinweisen, die wir nur heilen können, indem wir unser Selbstbild und unser Auftreten verändern und insgesamt mutiger, entscheidungsfreudiger und durchsetzungsstärker werden. Chiron im Aspekt zu Mars zeigt sich häufig im Horoskop von Menschen, die zum Beispiel Imageberater, Coaches, Trainer, Therapeuten und Ärzte sind, allesamt Menschen, die andere darin unterstützen, ihre Wunden zu heilen und deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dieser Monat Januar es wirklich in sich hat. Es ist ein Monat mit einer intensiven Wandlungskraft, wo du dich selbst dabei ertappen kannst, besonders in Richtung Vollmond, dass du kompromissloser wirst, dass du bereit bist, nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip zu handeln und nur noch Dinge zu tun, mit denen du wirklich in Resonanz gehst. Alles, was dich eher runterzieht, dir Energie raubt, darf gehen. Ja, und um nun die Mondenergien dieses Monats auf dein persönliches Horoskop zu übertragen, so schau einfach mal, ob du Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte in den kardinalen und oder fixen Zeichen stehen hast. Zu den kardinalen Zeichen zählen Steinbock, Krebs, Widder und Waage. Zu den fixen Zeichen wiederum zählen Löwe, Stier, Wassermann und Skorpion. Dabei aktiviert der Neumond in Steinbock am 11. Januar besonders den Bereich von etwa 18 bis 25 Grad der kardinalen Zeichen, während der Vollmond in Löwe am 25. Januar den Bereich von etwa 2 bis 9 Grad der fixen Zeichen aktiviert. Wenn du in diesen Zeichen und den genannten Geraden Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte stehen hast, dann arbeiten diese Monde auf einer ganz persönlichen Ebene mit dir. Mit dem Neumond in Steinbock magst du insgesamt entscheidungsfreudiger werden, denn der Steinbock ist ein kardinales Zeichen, das gerne Neues initiiert, während dich der Vollmond in Löwe aus deiner Komfortzone locken kann, besonders aus jener Komfortzone, die, wenn du ehrlich zu dir bist, alles andere als komfortabel ist. Ja und solltest du heute zum ersten Mal dabei sein und dein Horoskop noch nicht vorliegen haben, dann findest du auf meiner Webseite ute-voach.de direkt auf der Startseite ein einführendes kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst, wie du es lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist, welche Bedeutung die zwölf astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Ja und falls du alleine nicht so gut zurechtkommen solltest, findest du auf meiner Webseite weiterführende Infos zu meinem Beratungsangebot, so auch zu meinen Programmen, darunter eben auch das neue AstroTipi Online Seminar, das ab 17. Februar beginnt. Ja und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.